Du bist Islam und du, ja? Hier, da. Ja? Okay. Gut. Ist noch jemand hier? Aufzeigen. Alhamdulillah. Okay. Wo ist das Schwert? Und seid ihr bezahlt worden? Was ist das Schwert? Okay. Drei Leute. Da kommt noch einer. Wolltest du auch Islam annehmen? Ach, Schallah, Bruder. Ihr müsst jetzt erstmal in Islam haben. Ich muss euch was erzählen, Bruder. Also, wir schaffen das nicht. Wer will hier zusammen? Komm auf! Okay, wir haben nur noch fünf, ne? Jetzt mal gelb. Wir nehmen sie nicht zusammen. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Sechs. Das ist unser Geschenk. Das ist unser Geschenk für noch einer. Ist noch jemand hier? Bevor ich es vergesse. Noch einer. Sieben. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ich wollte mich bedanken. Ich wollte mich bedanken, bevor ich es vergesse, bei den Berichtern, dass die sich heute für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit entschieden haben. Das ist unser Geschenk. Das ist unser Geschenk. Das ist unser Geschenk. Okay, Dr. Binler. Geht doch. Messe sich jeden auf Seiten, damit die Leute rutschen. Stell euch schon mal eine Reihe. Bitte. Aber Hamza, we have three more. Three more. Okay, alle in eine Reihe. Stell euch alle eine Reihe. Schau mal auf. Noch eine Reihe. Allahu akbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht, neun, neun. Zehn, zehn. Noch einer. Schwer. Ja, vier, 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 vier. Schwer. Schwer. Hau. Schwer. Okay, okay. Oh, okay. Ich habe hier, ich bin. Von Icy. Macho. Ich habe hier. Komm, Hau. Komm, Hau. Also, ich habe hier, claimed ihn von Icy. Kürtet, Kürtet! Kürtet, Kürtet, Kürtet! Jetzt mal alle hochzahlen, die ich Lamm annehmen wollte! Kürtet, Kürtet, Kürtet! 12, 14, 15, ok! Ok, dann kommen wir bei 16! Ok, 16 bitte! Okay, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr. Bitte, die Muslime runtergaben. Wer noch Islam annehmen will, soll ich nicht. Warum muss ich nur heulen, wenn ich den sehe? Warum muss ich nur heulen, wenn ich den sehe? Da bin ich! Ja, du musst auch Islam annehmen. Okay, okay, wir sagen jetzt nicht, Herr Hennner. Ihr wisst, was das bedeutet? Okay, wir sagen alle zusammen, ja? 17! 17, Handelung! Okay, wir machen das jetzt und ihr macht auch alle Schahada. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Schahada mit. Okay, ich sage vor. Und übrigens, die meisten von denen sind Frauen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt noch, weil man das auf den Wiesbaden hört. Dank mir! Danke! 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 Ciao, danke.